Sanatan Dharma Sanatan Dharma bedeutet, die grundlegende, zum menschlichen Wesen gehörige Dimension wiederzuentdecken. Ein Archetyp, der nicht nach eigenen Vorstellungen gebastelt werden kann. Die in der Überlieferung verdichtete Erfahrung der alten Weisen sowie die eigene Verlebendigung und Aneignung derer wird uns auf unsere Lebensreise beflügeln. Jeder ist angesprochen, diese Wahrheit in sich auf diese oder jene Weise Wirklichkeit werden zu lassen. Den tiefsten Kern neu zur Entfaltung kommen zu lassen. Die Moderne ist ein Fall derer Zinniment, völliger Entwurzelung. Es gibt aber auch den Stillstand der Überlieferung, die eintritt, sobald Überdenkung und Reflexion, ja die Erneuerung, nicht ermutigt und praktiziert wird. Dann blockiert alles in der Tradition, die keinerlei Veränderung, Wachstum oder Wandel mehr zulassen kann. Fundamentalismus ist aber der Tod lebendiger Heiligkeit. Manchmal bezichtigen wir unsere Vorfahren oft des Anachronismus, dass sie die heutige Zeit mit Wertvorstellungen der Vergangenheit bemessen. Katachronismus ist genau der umgekehrte Fall, eines Irrtums der Perspektive, der dann vorliegt, wenn wir heutige Begriffe und Maßstäbe anlegen, um die Vergangenheit zu beurteilen. Sanatan Dharma ist Wahrheit, die die Feuerprobe vergangener Zeiten bestanden hat und die auch vor der Erfahrung der Gegenwart bestehen kann. Sanatan Dharma ist fundamentale Wahrheit im Gegensatz zu allen flüchtigen Erscheinungen. Phänomenum Alles ist flüchtig und unbeständig, vergänglich. Die Zeit und ihr ständiges Kommen und Gehen lassen einen unbefriedigt. Unbehagen befällt einen angesichts ihrer unablässig sich fortwälzenden, alles mit sich reißenden Stromes. Alle Existenz hier ist Nichtigkeit und Haschen nach Wind, Zerstreuung, hin- und hergerissen werden zwischen Dingen. Sanatan Dharma ist transhistorisches Bewusstsein.